Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo! Ich heiße Katrin. Ich möchte etwas über meinen Tagesablauf und meine Arbeit erzählen. Hallo! Ich heiße Katrin. Ich möchte etwas über meinen Tagesablauf und meine Arbeit erzählen. Normalerweise stehe ich 7.30 Uhr auf. Danach dusche und föhne ich mich. Normalerweise stehe ich 7.30 Uhr auf. Danach dusche und föhne ich mich. Ich hatte die Gewohnheit, jeden Morgen vor dem Frühstück einen Spaziergang zu machen. Ich hatte die Gewohnheit, jeden Morgen vor dem Frühstück einen Spaziergang zu machen. Gegen 8 Uhr frühstücke ich. Zum Frühstück esse ich zwei Scheiben Toast mit Orangenmarmelade. Ich mag keinen Tee, deswegen trinke ich in der Regel Kaffee zum Frühstück. Gegen 8 Uhr frühstücke ich. Zum Frühstück esse ich zwei Scheiben Toast mit Orangenmarmelade. Ich mag keinen Tee, deswegen trinke ich in der Regel Kaffee zum Frühstück. Es gehört zu meiner täglichen Routine, nach dem Frühstück die Zeitung zu lesen. Es gehört zu meiner täglichen Routine, nach dem Frühstück die Zeitung zu lesen. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und manchmal stehe ich lange im Stau. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und manchmal stehe ich lange im Stau. Ich arbeite für eine große Firma schon seit meinem Abschluss an der Universität. Ich arbeite für eine große Firma schon seit meinem Abschluss an der Universität. 9 Uhr beginnt meine Arbeit. Jeden Morgen passiert bei uns im Büro das Gleiche. 9 Uhr beginnt meine Arbeit. Jeden Morgen passiert bei uns im Büro das Gleiche. Ich begrüße meine Kollegen. Schalte meinen Computer an und lese meine E-Mails. Dann koche für meinen Chef-Kaffee. Das hier ist das Zimmer meines Chefs. Es ist viel größer als mein Zimmer. Das hier ist das Zimmer meines Chefs. Es ist viel größer als mein Zimmer. Jeden Tag um 10.30 Uhr haben wir eine kurze Besprechung. Von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr mache ich Mittagspause. Ich gehe oft in die Kantine essen. Von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr mache ich Mittagspause. Ich gehe oft in die Kantine essen. Meine Kollegin Martina bringt sich immer Hamburger mit. Ich glaube, der Hamburger meiner Kollegin schmeckt besser als das Essen in der Kantine. Nachmittags lese ich wieder die elektronische Post. Schreibe Rechnungen und vereinbare Termine für meinen Chef oder organisiere andere Dinge. Nachmittags lese ich wieder die elektronische Post. Schreibe Rechnungen und vereinbare Termine für meinen Chef oder organisiere andere Dinge. Für heute bin ich fertig mit der Arbeit. Meine Arbeit endet um 17.30 Uhr. Für heute bin ich fertig mit der Arbeit. Meine Arbeit endet um 17.30 Uhr. Ich gehe dann einkaufen. Ich muss noch ein paar Sachen fürs Wochenende einkaufen. Vor dem Einkaufen mache ich mir immer eine Liste mit dem, was ich brauche. Ich frage mich, was ich zum Abendessen kochen soll. Ich habe heute Lust auf Pizza beim Abendessen. Ich frage mich, was ich zum Abendessen kochen soll. Ich habe heute Lust auf Pizza beim Abendessen. Ich dusche nach dem Abendessen. Und putze mir dann die Zähne. Abends sehe ich meistens fern oder lese ein Buch. Schließlich gehe ich gegen halb elf ins Bett. Abends sehe ich meistens fern oder lese ein Buch. Schließlich gehe ich gegen halb elf ins Bett. Hallo, ich erzähle euch, wie läuft ein Tag im Leben von Lisa. Lisa ist ein elfjähriges Mädchen und lebt in Graz in Österreich. Hallo, ich erzähle euch, wie läuft ein Tag im Leben von Lisa. Lisa ist ein elfjähriges Mädchen und lebt in Graz in Österreich. Unter der Woche steht sie morgens um halb sieben auf. Sie wäscht sich und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Meistens isst sie ein Marmeladebrot und trinkt dazu einen warmen Tee. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Meistens isst sie ein Marmeladebrot und trinkt dazu einen warmen Tee. Bevor sie in die Schule geht, putzt sie noch ihre Zähne. Bevor sie in die Schule geht, putzt sie noch ihre Zähne. Sie nimmt ihre Schultasche und geht zur Bushaltestelle. Sie nimmt den Bus um halb acht. So, ist sie dann pünktlich in der Schule. Der Unterricht beginnt um acht Uhr und endet meist um halb zwei. Der Unterricht beginnt um acht Uhr und endet meist um halb zwei. Nach der Schule isst Lisa ihr Mittagessen und ruht sich etwa eine halbe Stunde aus. Nach der Schule isst Lisa ihr Mittagessen und ruht sich etwa eine halbe Stunde aus. Danach macht sie in ihrem Zimmer gleich die Hausübungen. Lisa ist eine fleißige Schülerin und lernt regelmäßig. Danach macht sie in ihrem Zimmer gleich die Hausübungen. Lisa ist eine fleißige Schülerin und lernt regelmäßig. Nach dem Lernen hört sie manchmal Musik. Oder sieht ein wenig fern. Oder sie trifft sich mit ihren Freundinnen. Nach dem Lernen hört sie manchmal Musik. Oder sieht ein wenig fern. Oder sie trifft sich mit ihren Freundinnen. Gegen sieben Uhr gibt es Abendessen. Danach liest sie hin und wieder ein Buch. Oder unterhält sich noch mit ihren Eltern. Oder spielt mit ihnen Brettspiele. Gegen sieben Uhr gibt es Abendessen. Danach liest sie hin und wieder ein Buch. Oder unterhält sich noch mit ihren Eltern. Oder spielt mit ihnen Brettspiele. Schließlich geht sie gegen halb zehn ins Bett. Aber vorher duscht sie noch. Und putzt natürlich ihre Zähne. Wenn ihnen dieses Video gefallen hat, klicken sie auf Gefällt mir. Und vergessen sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Oder retrouver sie mit den Ländern.